Die Firma Metallbau Egger & Höck GmbH weiß mit ihren wertbeständigen Werkstoffen gekonnt umzugehen. Der in Schweuch beheimatete Meisterbetrieb erfüllt sämtliche Wünsche zur Metallbautechnik. Individuelle, für sie angefertigte Stiegen, Geländer und vieles mehr aus Nieroster und Stahl werden vom kompetenten Team geplant und montiert. Durch langjährige Erfahrung stellen Aufträge im Bereich des Stahlbaus und der Blechverarbeitung sowie Schmiedearbeiten keinerlei Schwierigkeiten dar. Die geforderten Arbeiten werden stets aus einer Hand und zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt. Sind sie auf der Suche nach Fenstern, Eingangstüren oder Garagentoren aus Aluminium? Auch diese Lücken füllt das Unternehmen samt Montage. Bei Metallbau Egger & Höck erwartet sie neben großer Kreativität, effizienter Dynamik und solider Arbeit vor allem eines, wahre Handschlagqualität. Weitere Informationen erhalten sie auf www.metallbau.cc